was geht ab meine freunde hier ist euch heute zeige ich euch in diesem video wie du diesen psn avatar gratis bekommst wir müssen jetzt folgendes machen wir müssen einfach mal auf playstation store gehen und dort gehen wir einfach in der suchleiste fortnite ein haben wir das gemacht gehen wir hier auf fordner battle royale spiel was in diesem kasten drin steht dort gehen einfach mal drauf und dort kann man mehrere sachen sehen die wir auswählen können dann gehen wir einfach auf addons und dort kann man dann einfach auf avatare gehen einfach mit der falltaste unten und schon haben wir dieses lama avatar dann kann man sich das einfach gönnen einfach auf avatar einstellen und schon haben wir diesen avatar gratis also leute das war's mit dem video ich denke mal viele wissen das noch nicht deswegen habe ich jetzt einfach mal diese informationen weitergegeben damit ihr bescheid wisst und schreibt auf jeden mal in die kommentare wie ihr diesen arbeiter findet ja leute das war's mit dem video falls euch diese kurze informationen gefallen hat lasst mir auf jeden fall ein leichter macht's gut bis im nächsten video oder live stream und ciao game keys und game cards mmo ga dein gaming spezialist mit kampfpreisen